Als Papst Oberner II. 1095 in Clermont zum ersten Kreuzzug aufrief und das Deus Vult aus der Menge ihm gegenüber erschallte, verbreitete er damit die Idee, dass mit einem Ziehen in den Heiligen Krieg das Himmelreich den Gefallenen versprochen sei. Aus dem fünften Gebot, du sollst nicht töten, war damit ein, wenn du im Kampf gegen die Ungläubigen stirbst, kommst du ins Himmelreich geworden. Die seit dem morgenländischen Schisma von 1054 abgetrennte Orthodoxie war zu diesem Zeitpunkt schon kein Teil der Westkirche mehr. Ansonsten wäre dieses Ereignis in Clermont, der Aufruf zum ersten Kreuzzug, wohl ein Grund gewesen, sich abzuspalten. In den nächsten 400 Jahren anschließend versuchten byzantinische Kaiser wieder und wieder die orthodoxen Patriarchen dazu zu bewegen, ebenfalls etwas wie diesen Aufruf zum Kreuzzug und vor allem das Ablassversprechen für den Kampf gegen die Ungläubigen zu erlassen. Vergeblich. Dieser Aufruf, dies änderte sich nun jedoch nach über 900 Jahren im letzten Jahr 2022 in einem Ereignis, das geradezu epochal ist. Ein theologisches, epochales Ereignis, was meines Erachtens, wie ich es betrachtet habe, weitestgehend weltweit ignoriert wurde. Auf dieses Ereignis und seine Bedeutung wollen wir daher in diesem Video eingehen. Bevor wir weitermachen, schnell an dieser Stelle mein Dankeschön an den Sponsor Blinkist, der das heutige Video ermöglicht hat, doch dazu später mehr. Seitdem Konstantinopel, der Sitz von Ostrom, auch Byzanz genannt, erstmals in den 670er Jahren von den muslimischen Arabern belagert wurde, verschlechterte sich in der Folge die Situation des Oströmischen Reiches langsam immer mehr mit dem Ausbreiten der Muslime. Im Besonderen die Schlacht von Manzikert 1071 war hierbei ein großer Schritt, als der byzantinische Kaiser mit seinem numerisch überlegenen Heer von den Seltschuken geschlagen wurde. Die schwere Niederlage führte zu einem Verlust großer Teile Kleinasiens für Byzanz und das nomadische Reitervolk der Seltschuken siedelte sich in der Folge in Kleinasien an, wo es bis zu seinem endgültigen Sieg über die Byzantiner 1453, dann inzwischen Osmanen genannt, dem Oströmischen Reich nach und nach immer mehr Territorium entriss. Das Ende Ostroms war allerdings nicht nur eine Katastrophe, sondern wurde tausende Kilometer weiter nördlich auch als Chance gesehen. Unter Ivan dem Schrecklichen begann man in Moskau, Moskau zum dritten Rom zu erklären nach Rom und Konstantinopel. Auch der Titel des russischen Kaisers fußt sogar darauf, denn sie nennen sich Zar, was eine abgewandelte Form von Cäsar ist. Weil ich 2023 effizienter arbeiten will, habe ich hier auf das Angebot des heutigen Sponsors Blinkist zurückgegriffen. Die Romanovs von Simon Sebag Montefiore erklärt wunderbar, dass der Name der Zarendynastie Romanov erstmals unter eben diesem Ivan den Schrecklichen im Kreml erscheint, als er eine Romanova heiratet. In neun Kernaussagen wird das Buch erklärt, die Audioausgabe lässt sich dabei sogar in doppelter Geschwindigkeit anhören, sodass ich das Buch in unterhaltsamer Art und Weise in nur 15 Minuten verstehen kann. Dieses Jahr bietet Blinkist dazu auch noch nicht nur seine aktuell 5500 Sachbücher und Podcasts in Zusammenfassung von 15 Minuten an. Es hat auch Blinkist Connect eingeführt. Damit können Sie Ihren Account kostenfrei mit einer weiteren Person teilen. Sie behalten dabei allerdings die volle Kontrolle über den Account, erhalten aber praktisch zwei Accounts zum Preis von einem. Wenn Sie den unten stehenden Link klicken, erhalten Sie 25% Rabatt auf Blinkist Premium und genießen zwei Mitgliedschaften zum Preis von einer. Starten Sie hier Ihre kostenlose 7-Tage-Testversion, indem Sie hier unten auf die Links klicken. Gleichzeitig unterstützen Sie natürlich den Kanal damit. Doch machen wir weiter mit der Theologischen Revolution. Die erwähnte Niederlage bei Manzikert 1071 war nicht nur der sehr frühe Anfang vom Ende Ostroms. Die dabei erlittenen territorialen Verluste führten dem Basileus dazu, im Westen um Söldner zu bitten, was von Urban II. missinterpretiert wurde, der stattdessen zum ersten Kreuzzug aufrief. Im Zuge dessen konnte Byzanz einige Gebiete zurückerobern, insbesondere natürlich Nicaea, berühmt von dem Konzil von Nicaea. Der demonstrierte Kampfeswille durch den Heiligen Krieg konnte allerdings den Kaisern Ostroms nicht verborgen bleiben. Immer wieder baten sie in der Folgezeit das Oberhaupt der orthodoxen Kirche in Konstantinopel, den Patriarchen, auch ihnen, im Kampf gegen die Osmanen, dieses so scharfe Schwert des Glaubens in die Hand zu drücken, den Heiligen Krieg zu erklären und im Kampf gegen die Muslime, den Gefallenen, das Himmelreich zu versprechen. Immer wieder lehnten die orthodoxen Patriarchen ab, weil eine solche Auslegung des Christentums nicht mit den orthodoxen Glaubensverständnissen, mit den orthodoxen Glaubensgrundsätzen zu vereinbaren war. Das heißt, bis 2022 taten sie es. Seit 2009 ist Kirill I. der Patriarch von Moskau und der ganzen Russ und steht damit der russisch-orthodoxen Kirche vor. Der Sohn eines Priesters studierte unter anderem in Deutschland und wurde 1976 zum Bischof geweiht. Zu diesem Zeitpunkt war er allerdings bereits seit vier Jahren Agent des KGB, indem er es sogar bis zum Offiziersrang gebracht hat. Ursprünglich war er an vielen ökumenischen Tätigkeiten beteiligt. Allerdings hat er sich seit Beginn der zweiten Phase des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 wiederholt auf die Seite der Regierung gestellt und den Krieg gerechtfertigt. Im September 2022 beging der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill I. jedoch einen völligen Tabubruch in seinem Sonntagsgottesdienst. Er sagte, dass die Kirche wisse, wer bei der Erfüllung seiner militärischen Pflichten stirbt, dass er sich dabei auch für andere aufopfert. Dieses Opfer würde dabei alle Sünden abwaschen, die ein Mensch begangen hat. Pauschal wurde also jeder Gefallene zu jemandem erklärt, der sich für andere aufopfert, völlig egal, wie er an die Front kam, was er da machte und in welchem Zusammenhang er gefallen ist. In einem Krieg, den er selbst als Bruderkrieg bezeichnet, der von mehrheitlich orthodoxen Christen gegen mehrheitlich orthodoxe Christen geführt wird, hat das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche nicht nur fast 1000 Jahre orthodoxes Tabu gebrochen, sondern wohl auch mindestens 1500 Jahre theologische Tradition seiner Vorgänger. Er brach dieses Tabu dabei gegen andere Christen der Ostkirche, also nicht einmal gegen Ungläubige. Er tat, was die großen orthodoxen Gelehrten der Vergangenheit sich beständig weigerten, auch als es um das Überleben der eigenen Heimat ging. Jüril I. tat es für einen Angriffskrieg gegen andere orthodoxe Christen. Für den Krieg mag es ohne große Bedeutung sein, es bleibt aber ein geradezu epochales theologisches Ereignis. Mein Dankeschön an dieser Stelle an den Sponsor des heutigen Videos Blinkist, der das Video ermöglicht hat, genauso wie Sie es natürlich immer tun als Zuschauer. Wenn Sie Blinkist testen wollen, klicken Sie einfach hier unten auf den Link in der Beschreibung und den angepinnten Kommentar. Da können Sie eine kostenlose Testversion für sieben Tage erhalten. Anschließend erhalten Sie Blinkist 25% billiger beim Nutzen dieses Links. Und gleichzeitig erhalten Sie Blinkist Connect und können damit einen weiteren Nutzer gratis einladen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Hinterlassen Sie einen Kommentar. Haben Sie überhaupt mitbekommen, was das hier für eine Revolution war? Und war Ihnen klar, in welchem historischen Kontext das überhaupt zu sehen ist? Dass wir hier wirklich 1500 Jahre, man könnte sagen 1700 Jahre, wenn wir bis Konstantin den Großen grob zurückgehen, der die Kirche in etwa etabliert hat, Wenn wir zurückschauen, was das für eine epochale Revolution ist, die hier durchgeführt wurde, durch Kirill, durch die russisch-orthodoxe Kirche. Haben Sie das überhaupt in dieser Art und Weise mitbekommen? Und finden Sie solche Themen auch hier auf dem Kanal? Freue ich mich natürlich, wenn Sie mir sagen, ob Sie es interessant finden, ob Sie davon mehr künftig sehen wollen. Ansonsten, wenn Sie den Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich Sie herzlich einladen, den Kanal zu abonnieren. Klicken Sie die Glocke an, um künftige Videos nicht zu verpassen. Hier gibt es normalerweise drei Livestreams pro Woche mit Lageberichten über den Ukraine-Krieg, aber in zunehmendem Maße auch mehr Videos zu militärhistorischen, historischen und militärischen Themen, wie es natürlich der Name impliziert. Gleichzeitig finden Sie andere Social-Media-Kanäle von einem privaten Videokanal über Twitch und Ähnliches in der Beschreibung. Würde mich freuen, wenn ich Sie auch dort wieder sehen würde. Ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Vielen Dank.